Bei den letzten Kantonsratswahlen haben wir Mitkandidierenden Josef Wiederkehr als sehr faire und aufrichtige Player erleben. Er hat uns stets mit besten Tipps und tollen Ideen versorgt. Das ist ein korrektes Verhalten, das von einem guten Charakter zieht. In Bern wünsche ich mir Menschen, die einen guten Charakter haben. Klar strukturiert, ziel- und lösungsorientiert und schlussendlich auch klar in der Umsetzung und in der Kommunikation. Josef Wiederkehr ist ein Teamplayer. Genau das braucht es auch im Parlament, auch im Nationalen. Darum würde es mich enorm freuen, wenn Josef Wiederkehr den Sprung nach Bern arbeitet.